Sehr geehrte Damen und Herren, in den vergangenen Jahren haben wir Ihnen an dieser Stelle den Breitbandmonitor vorgestellt. In diesem Jahr möchte ich Ihnen unseren ersten Thüringer Digitalmonitor zeigen. Warum nicht mehr nur Breitband? Weil es eben nicht nur darauf ankommt, die durchaus wichtige Infrastruktur auszubauen, sondern auch darauf, wie wir die Chancen der Digitalisierung in den verschiedensten Bereichen für uns nutzen können. Mit Unterstützung der Digitalagentur werden wir im Digitalmonitor zukünftig zweimal jährlich über Fortschritte bei der Digitalisierung berichten. Wir möchten damit die Umsetzung unserer Digitalstrategien erlebbar machen und von Best-Practice-Beispielen erzählen. Mit dem Ziel, erfolgreiche Pilotprojekte für das ganze Land nutzbar zu machen und uns gesamtgesellschaftlich weiter voranzubringen. Lassen Sie mich exemplarisch einige Themenbereiche aus dem ersten Digitalmonitor hervorheben. Im Digitalmonitor finden sich halbjährlich die neuesten Informationen zur Breitbandversorgung und den Breitbandförderprojekten in Thüringen. Die Schaffung zukünftiger und zukunftsfähiger Breitbandinfrastruktur ist die Basis für alle digitalen Anwendungen. Ich bin überzeugt, dass alle Thüringer Haushalte, Unternehmen und Schulen mit einem schnellen Internetanschluss versorgt sein müssen, um an der Digitalisierung teilzuhaben. Der Großteil der Breitbandinfrastruktur wird von privaten Telekommunikationsunternehmen errichtet. Darüber hinaus stellt der Freistaat für solche Gebiete, in denen kein eigenwirtschaftlicher Ausbau stattfindet, fördermittelbereit. Unser Ziel ist es, flächendeckende Unterversorgung, also die weißen Flecken, zu beseitigen. Mit der Glasfaserstrategie setzen wir darüber hinaus ein ganz klares Ziel. Wir brauchen ein flächendeckendes Glasfasernetz. Und hier freut es mich, wie gut wir in den vergangenen fünf Jahren auf diesem Weg vorangekommen sind. Klar, wir können besser sein. Aber wir nehmen zur Kenntnis, dass derzeit mehr als 90 Prozent der Haushalte in Thüringen mit 50 MBit pro Sekunde und mehr versorgt werden. In 2016 waren das übrigens lediglich etwas über 75 Prozent. Ebenfalls erfreulich ist, dass bereits rund 60 Prozent der Förderprojekte im Bundesförderprogramm der weißen Flecken umgesetzt sind, die nach langer Planungs- und Ausschreibungsphase jetzt die Verträge mit den ausbauenden Telekommunikationsunternehmen abgeschlossen haben. Meine Damen und Herren, auch Schulen und Gewerbegebiete werden im geförderten Ausbau grundsätzlich mit Glasfaser erschlossen, da dort die Bedarfe nach schnellem Internet für eine hohe Zahl von Nutzern besonders groß sind. So sind fast 900 der insgesamt 1.000 Thüringer Schulen in den Förderprojekten des Landes und denen des Bundes berücksichtigt und werden so mit zukunftsfähigem Glasfasernetz ausgestattet. Und das ist bundesweit spitze. Den Stand des Breitbandausbaus können Sie auf der neuen sogenannten Plattform Telekommunikations-Informationsmonitoring, kurz TIM, einsehen. Hier können sich zum Beispiel Nutzer einzelne Gemeinden mit ihren jeweiligen Bandbreiten anzeigen lassen. Auch die Frage, wo gibt es bereits Glasfaseranbindung und wo gibt es Förderprojekte, alles das wird vom TIM beantwortet. Mit unserer Digitalstrategie definieren wir eine klare Vision für die Gestaltung von Stadt und Land in Thüringen. Im Thüringen von morgen. Im Vordergrund stehen Vernetzung von Stadt und Land, smarte Verkehrsprojekte, mehr Zusammenarbeit sowie Technologien für ein selbstbestimmtes Leben. Wir nehmen Sie im ersten Digitalmonitor mit auf eine kleine Tour in Pilotprojekte in Gera und in Jena, die zur Smart City entwickelt werden sollen. Aber was heißt eigentlich Smart City? Hier wollen wir in den nächsten Jahren erproben, wie digitale Techniken die Lebensqualität verbessern können. Spannend werden hier für uns alle die Erfahrungen sein, die dort beim Zusammenspiel digitaler Technologien gemacht werden. Etwa im Gesundheitssektor, beim Verkehr, Energie oder Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern. Ein weiteres wichtiges Thema ist die künstliche Intelligenz, die oft Bestandteil digitaler Anwendungen, etwa in der Medizin in Thüringen oder in anderen Bereichen Anwendungen in der Wirtschaft finden. Dazu wurde im vergangenen Jahr das Thüringer Zentrum für Lernende Systeme und Robotik eröffnet, das TZLR. Es bündelt die Expertisen der Universitäten Ilmenau und Jena, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Jena und des Fraunhofer-Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung, das IOSB in Ilmenau. Als zentrale und thüringenweite Kontakt- und Schnittstelle soll sie die Thüringer Aktivitäten in den Bereichen künstlicher Intelligenz, maschinelles Lernen, Big Data und Robotik maßgeblich unterstützen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, das Feld ist so breit, dass es dem einen oder anderen manchmal schwindelig wird oder schwer fällt, alles zu verstehen. Und es fällt schwer, für viele den Nutzen zu erkennen. Deshalb haben wir uns vorgenommen, mit dem Digitalmonitor auch regelmäßig das Stimmungsbild in der Bevölkerung abzufragen. Wie Sie sehen, haben wir noch Potenzial bei der Information und dem Weitertragen von Thüringer Erfolgen. Nur rund 40 Prozent der Befragten fühlten sich gut informiert, Tendenz fallend mit dem Alter und dem Leben im ländlichen Raum. Zur anschaulichen Information starten wir deshalb auch die Videoreihe So digital ist Thüringen. Sie soll digitale Erfolgsgeschichten aus den Thüringer Regionen erlebbar machen. Ich möchte Sie nun einladen, die vielen spannenden Einblicke im Digitalmonitor zu entdecken. Ab sofort ist das Magazin online. Darüber hinaus steht Ihnen unsere Digitalagentur für weitere Informationen oder als Ansprechpartner zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.